Ihr wollt euren Internet auf alle ihre Geräte genießen und das am besten überall und auch nie müssen drauf zu werden. Bei der Post findet ihr immer genau das, was ihr braucht. Das ist dann ein Alternativ zum klassischen Internet-Ausschluss. Dann ist eine Databox genau das richtig für euch. Ihr braucht schon eine SIM-Karte an eine neue Fischbox und da könnt ihr zu Lützebuch auf alle Lehrgeräte von nochmals in ihrem Internet profitieren. Weil es heute kein Mindestengagement gibt, ist diese Lesung auch ideal für zum Beispiel Studenten oder Leute, die für eine begrenzte Zeit zu Lützebuch sind. Das ist nicht das, was ihr seht, weil die auf dem Ausland erwähnt. Kein Problem, auch heute haben wir eine Lesung. Mit der Datatogo-Offer von der Post profitiert ihr von einem Fisch-Netz, der sich durch ganz Europa begleitet. SIM-Karte ran ist schon gar nicht losgehen. Die hat einfach ein ganz andere Problem, weil in dem Niveau, die gerade am Haus surft, keine gute Internetverbindung hat. Da lauscht ihr weiter noch. Mit einem Bambu- oder Databox-Abo von der Post kriegt ihr die Wifi-Power der innovativen Lösung für eine stabile Wifi-Konnexion bei ihr zu Hause und auch während zwölf Minuten geschenkt. Und haben wir zu viel versprochen. Das ist ja der Dich nur für eine Databox oder für die Datatogo-Offer von der Post an dem Surfen steht neust mir am W. Mit Informationen von der Post.alu. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020